Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur ZPO 1 Reihe und heute werden wir uns weiter mit der Zulässigkeit der Klage befassen und zwar mit der sogenannten Parteifähigkeit. Und zwar ist es so, dass beide Beteiligten am Prozess bzw. an der Klage, also sowohl der Kläger als auch der Beklagte, die müssen beide parteifähig sein, damit hier die Klage überhaupt zulässig ist. Die Parteifähigkeit, die ergibt sich aus § 50 ZPO. Ich lese einmal vor den Absatz 1, der ist extrem wichtig. Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist. Absatz 2, ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann klagen und verklagt werden. In dem Rechtsstreit hat der Verein die Stellung eines rechtsfähigen Vereins. Das heißt für uns also zunächst einmal nach Absatz 1 und den müssen wir wirklich immer mitzitieren, wenn wir über die Parteifähigkeit reden. Wir müssen feststellen, dass die Person oder die juristische Person oder die Handelsgesellschaft, dass diese rechtsfähig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur als kurzer Tipp am Rande. Wir werden bei der Parteifähigkeit in den meisten Fällen bei Prüfungen und Klausuren nicht so viel schreiben müssen. Insbesondere dann, wenn es sich eben hier um natürliche Personen handelt, da wird man dann nur ganz schnell feststellen, dass beide Parteien rechtsfähig sind. Ja, eben nach § 1 BGB, der bestimmt ja, wann die Rechtsfähigkeit einer Person anfängt. Und das wird es dann auch gewesen sein. In den meisten Fällen gibt es hier keine größeren Probleme. Aber ab und zu kann man da durchaus auch noch mehr schreiben. Wenn wir zum Beispiel einen nicht eingetragenen Verein haben, das wird zwar sehr, sehr selten nur dran kommen, aber dennoch, das schauen wir uns gleich zusammen in einer Übersicht an. Also, welche Personen gibt es zunächst einmal überhaupt und woraus leitet sich bei diesen Personen die Rechtsfähigkeit ab? Bei natürlichen Personen, also sprich bei einzelnen Rechtsobjekten, also bei Menschen, ergibt sich die Rechtsfähigkeit insbesondere aus § 1 BGB, der eben sagt, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Heißt also, sobald die Geburt vollendet ist, der Mensch also quasi aus dem Mutterleib ausgetreten ist, dann beginnt die Rechtsfähigkeit dieser Person und endet mit dem Hirntod eines Menschen. Das haben wir uns ja auch bereits schon an früherer Stelle im BGB zusammen einmal kurz angeschaut. Dann haben wir die juristischen Personen und bei diesen ist es dann schon etwas interessanter. Hier haben wir unter anderem die GmbH, die Aktiengesellschaft, also sprich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft und auch eingetragene Vereine, abgekürzt e.V. Ihr seht jetzt hier, woraus sich bei diesen juristischen Personen die Rechtsfähigkeit ergibt. Bei der GmbH aus § 13 des GmbH-Gesetzes, bei der AG aus § 1 des Aktiengesetzes und bei eingetragenen Vereinen aus § 21 und 22 BGB. Ich habe jetzt hier für euch auch noch einmal die Norm aufgeschrieben, lest euch diese einmal durch. Im Grunde müsst ihr eigentlich nur wissen, wo das Ganze drinsteht. Ich meine, wir befinden uns hier ja logischerweise im Gesellschaftsrecht schon und da möchte ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, weil wir das eben in der Gesellschaftsrechtreihe dann eben nochmal genau besprechen, wo hier die einzelnen Unterschiede der jeweiligen Gesellschaften sind. Dann haben wir rechtsfähige Personengesellschaften, hierbei insbesondere die Kommanditgesellschaft, die KG, die offene Handelsgesellschaft, OHG und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR. Und auch hier können wir sehen, woraus sich die Rechtsfähigkeit ergibt. Im Grunde ist die zentrale Norm hier jedes Mal § 124 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches. Ja, diese ist quasi auf alle drei Personengesellschaften anzuwenden, bei der GbR in diesem Falle dann analog. Und bei der Kommanditgesellschaft, dort verweist § 161 Absatz 2 BGB auf den § 124 Absatz 1 des HGB. Und dann haben wir natürlich noch die nicht rechtsfähigen Vereine. Ich möchte jetzt hier auf diese gar nicht mal mehr so stark eingehen, da diese Fälle sehr, sehr selten sind, wo eben ein Verein nicht im Vereinsregister eingetragen worden ist und dann dementsprechend auch nicht rechtsfähig ist. Aber § 50 Absatz 2 ZPO, wie wir vorhin auch bereits durchgelesen haben, sagt eben, dass auch nicht rechtsfähige Vereine, also sprich nicht eingetragene Vereine im Vereinsregister, dass auch diese grundsätzlich verklagt werden können. Dementsprechend lassen wir das an dieser Stelle einfach mal so stehen. Als kurze Schlussbemerkung noch einmal wirklich der Hinweis. Gerade bei natürlichen Personen müssen wir in Klausuren nur sehr, sehr wenig bei der Parteifähigkeit schreiben. Vielleicht einmal wirklich ganz kurz zum Beispiel A. Kläger und B. Beklagter sind nach § 1 BGB rechtsfähig. Nur als Beispiel, das würde dann schon reichen, bei den anderen Personen, bei juristischen Personen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und auch bei nicht rechtsfähigen Vereinen. Da würde ich schon ein bisschen mehr zuschreiben. Das heißt, hier würde ich wirklich die einzelnen Gesetze aufzählen und eben vielleicht noch ganz kurz in Frage stellen, ob diese überhaupt rechtsfähig sind. Und dann eben zu dem Schluss kommen, dass sie rechtsfähig sind, eben über die hier dargestellten Normen. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich mal wieder fürs Zuschauen und Zuhören. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Prozessfähigkeit der Beteiligten am Verfahren hier an. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Paragraf 31.